Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 3 Auftrag. Lege Distanz beim Rutschen zurück, während du mit Schlamm bedeckt bist. Insgesamt müssen wir da 100 Meter weit rutschen. Wir machen den Auftrag kurz einmal zusammen. In meinem Fall machen wir das Ganze hier an der Tankstelle. Ihr könnt das aber auch hier ringsherum machen. Hier haben wir genug Schlammstellen. Hier angekommen landen wir kurz, dann sind wir auch schon mit Schlamm bedeckt. So, jetzt rutschen wir einfach. 100 Meter sind nicht gerade viel, also sollte das recht flott vorangehen. So, wie ihr seht, haben wir schon über die Hälfte. So, rutschen wir hier noch weiter. Einmal wieder zurück. So, und damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!